so jetzt der test von dem voltmaß der batterie knopfzell habe ich ausgetauscht 3 sekunden draufhalten lcd hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein 3 sekunden draufhalten schaltet 5 blatt ist eingestellt muss man ein bisschen aufpassen aber die hintergrundbeleuchtung ein und ausschaltet dass man da nicht die platzahlen versehentlich mit ändert so 5 blatt ist eingestellt klingt gut bei 38 prozent vordel geht es los so 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 dass es zu Ihnen.